Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam den neuen Fortnite-Shop an, so wie jeden Morgen. Und dann schauen wir jetzt mal, was da heute so reinkommt. Let's go! Und, oh, nice! Das schaut auch cool aus. Neuer Skin, neue Hacke und das neue Set von gestern ist auch noch drin. Und, oh, die Battle-Pass-Stufen sind auch wieder da. Jo, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem neuen Skin. Sie heißt Verwegene Duellantin und hat auch einen coolen Backpack, so zwei Degen. Das schaut cool aus. Auch die Farben vom Skin gefallen mir, die schauen echt nice aus. Schauen wir uns auch mal den alternativen Style an, den man dazu bekommt. Oh, mit Maske. Das schaut echt fresh aus. Nice, ey. Das ist mal ein geiler Skin, der gefällt mir. Gestern den fand ich nicht so geil, aber der, den, den finde ich nice. Den werde ich mir direkt hier mal holen. Und natürlich werde ich auch heute wieder den Skin an meine Abonnenten verschenken. Das heißt, dass wenn ihr heute hier 2000 V-Bucks bekommen wollt, um euch den neuen Skin und die neue Hacke holen zu können, dann müsst ihr einfach nur ein Abo da lassen, weil ich möchte es an meine Abonnenten verschenken. Also einfach kurz diesen Kanal hier abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag, Hashtag Snoxy, wie meinen Creator-Code, einfach in den, äh, in die Kommentare schreiben. Ja, dann könnt ihr heute hier 2000 V-Bucks gewinnen. Schauen wir uns jetzt erstmal die neue Hacke an. Funkenzünder heißt sie. Sie schaut schon mal gar nicht schlecht aus. Oh, ich hab mein Herz ja noch gar nicht auf. Warte, das muss ich noch schnell aufsitzen, weil wir wollen uns die Hacke natürlich auch mal anhören. Hm, ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass da so eine Stichflamme kommt, weil das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Feuerzeug. Also klar, dass es jetzt kein Feuerzeug ist, ich meine, da gibt's ja kein Gas hier, oder? Aber ich hätte mir gewünscht, dass jetzt irgendwie wirklich so ein heller, richtig heller Lichtblitz kommt. So heftig schaut das jetzt leider nicht aus. Der Sound ist jetzt auch nicht so krass, also, hm, ich glaub, das ist ein bisschen vergebene, vergebenes Potenzial. Das hätte man deutlich cooler machen können, weil die Idee ist echt nice, dass man so einen Funken quasi entzündet mit der Hacke. Dann hätte aber hier wenigstens so ein, wirklich ein krasser Funken, so ein Lichtblitz kommen sollen. Ansonsten, ja, die Idee ist cool, das Aussehen ist immer was Besonderes, schaut mal ein bisschen anders aus, gab's so noch nicht. Ähm, find ich also in Ordnung, aber ich weiß jetzt nicht, ob man sich die holen muss. Also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Ich lese mir übrigens die ganzen Kommentare auch immer durch, also vielen, vielen Dank an jeden, der hier die Kommentare immer so fleißig schreibt. Und wie gesagt, wenn ihr heute hier 2000 Euro's gewinnen wollt, um euch hier beide Sachen, die neuen Sachen oder was anderes holen zu können, wenn ihr hier die V-Bucks haben wollt, einfach nur ein Abo da lassen, also kurz drüber scrollen und auf Abonnieren klicken, gerne auch die kleine Glocke aktivieren, dann dem Video einen Daumen noch umgeben und einen Hashtag Snohsi in die Kommentare schreiben, um heute hier 2000 Viewer zu bekommen. Genau, machen wir weiter, nämlich mit dem neuen Set von gestern. Mir haben auch ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass das ja die männliche Version von dem Level 100 Battle Pass Skin ist. Stimmt auch, weil das Set heißt ja genauso. Ich find den Skin trotzdem nicht geil, also irgendwie, ja weiß ich nicht, hat er mir nicht so gut gefallen. Auch die Hacke fand ich jetzt nicht so cool. Ähm, die meisten haben mir da auch zugestimmt in den Kommentaren. Aber, ähm, ja, Geschmäcker sind ja, wie auch gestern schon gesagt, bekanntlich verschieden. Dann der Elektro Shuffle, direkt hier auch mit dem neuen Skin. Das schaut auf jeden Fall cool aus. Dann der Chopper Skin, für mich eher eine Fehlinvestition, sowohl der Skin als auch der Rucksack hier sehen nicht so geil aus. Der unendliche Dab, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr den nicht habt. Der lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir, wie gesagt, heute die Battle Pass-Stufen drin. Man bekommt da 10 Stufen plus 500 XP für 600 V-Bucks. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man hier den Battle Pass noch nicht voll hat. Ich würd' ihn auf jeden Fall am Ende voll kaufen. Jetzt sind's noch 6 Tage, also falls ihr das nicht mehr schafft, holt euch auf jeden Fall die Battle Pass-Stufen. Es lohnt sich, den, äh, Level 100 Skin noch zu bekommen. Dann haben wir noch den Weitschuss-Skin drin. Ähm, der männliche Sniper. Auch den find ich leider nicht so geil. Als Gesamt, das würde ich jetzt eher nicht so, nicht so krass empfehlen. Und als letztes noch die Heiß- und Kalt-Lackierung für 300 V-Bucks. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Also eine der, der besseren Lackierungen, würde ich sagen, für 300 V-Bucks. Auf jeden Fall in Ordnung. Heute also einen ziemlich coolen neuen Skin drin, wie ich finde, hier auf der linken Seite. Und, jo, das war's dann schon zum heutigen Funnel-Shop. Ihr könnt auch wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, tragt natürlich gerne den Creditor-Code Snoxy ein. Äh, alle 14 Tage muss man den neu eintragen. Und, jo, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Schreibt gerne ein Hashtag Snoxy dazu. Und abonniert den, und abonniert den Kanal, wenn ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt. Und heute 2000 V-Bucks gewinnen wollt. Und, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen entspannten Tag. Macht's gut. Tschüss.